Wir müssen nicht alles so machen, wir machen so und so viel wie wir schaffen. Wir müssen alles so machen, wir müssen alles so machen. Oh Gott, oh Gott, ich dachte, ob das wohl gut geht. Das ist doch Blödsinn, das ist doch Blödsinn. Oh Gott, das schaffst du ja nie, nie schaffst du sowas. Das ist doch Blödsinn, das ist doch Blödsinn. Ja, ich habe gedacht, ich bin ein Junge. Ja, gut, eigentlich ist es ja nicht schwer. Macht Spaß, ja sicher. Okay, ja. Doch, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, jeder weiß nicht. Ich könnte weitermachen. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja der Buchstab. Nehmen wir mal da. Nein. Wir schauen mal, in Ordnung. Weich habe mir beim Eignis gefangen. Das ist ja der Buchstab. Hier habe ich noch ein Stück. Nein, das ist ja der Buchstab. Ja, der Buchstab. So, mal gucken, was da draus geworden ist. Super! Super! Boah! Wir kommen alle in meine Zähle durch. So, dann einfach mal reichen. Stell dir mal vor, in zwei Jahren, ne? Jeder mag noch seine Initialen drauf. Ach so! Wollen wir da wahr? M.L. Ja, weil wir das wieder finden, so ein Gehirn. Yes! Super! Shaka! Sehr gut! Nein, eigentlich nicht, weil meine Kinder ja schon auch Graffiti machen, und daher kenne ich das ja schon ein bisschen. Na ja, und wir sind ja alle dagegen, wenn wir das so sehen, die Schmierereien so unterwegs, ne? Aber wenn das so bewilligt wird, und man kann das machen, dann tut das wirklich Spaß, ne? Ja, ich finde, das ist ganz unterhaltsam, Finden tue ich das nicht gut, das so. Die Bände so geschmiert und alles, das mache ich nicht, ne? Es ist ja auch eine gute Sache, ne? Man muss ja nicht alles verwerflich sehen. Graffiti war ja mal so ein bisschen heiser worden, ne? Aber ich bin angenehm überrascht. Meine Enkelinne wird gesagt, Oma, sag mal, bist du noch zu retten? Das war schön! Das sieht super aus! Ich bin gefreut! Ja, mich auch! Ich bin gefreut! 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 So schnell geht das. Und wo kann ich die Rechneruhe hinschicken?